und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Minecraft Megacraft heute mal komplett alleine und ja ich hab grad leider schnell keinen mehr erreicht ach so, nur Silber ich hab grad schon wieder die Jaws schreien naja sie haben heute mal weniger gelabert als sonst und wie man sieht, ich hab uns noch was umgestellt am Silber so, der zeigt jetzt an, wer auch uns dabei ist also liste die ganzen Spiele auf und ja, schreibt mal wie ihr das findet und warum hängt das hier in der Ecke grad so? ach, nicht so schnell am Video-Upload ich glaub hier war schon mal jemand, ach nee doch guck mal, da gibt doch ein Wasser einmal, warum schleicht denn dann unser Server lag da ist ein Dias glaub ich und dann darf ich jetzt erstmal vom Server und nochmal drauf ja und jetzt nur, ok ok scheiße, hab ich Gamer Musik an? ne doch nicht boah also anscheinend legt das selber grad hardcore und hier sind die doch keine Dias naja schade mein äh mein Rucksack raus und ich hab Nikolas sein gestern Abend nochmal geschrieben, dass ich einen Mace Rater gebaut habe der hat mich erstmal ist gestern erstmal voll ausgerastet ja, äh, ich bin noch Trip-Technik weil er gedacht hat also der hat sich mit dem Math-Fabricator vertan hat gedacht, ich hätte ihm jetzt den Math-Fabricator Wecker dort schon wirklich bisher mal geschickt hat ich hab mit so in eurer Sicht sogar noch länger her hab ich ihn ja sogar noch gefragt ob ich das machen soll weil halt alles bei ihm fertig war und naja war einfach recht witzig das wüsste ich ja irgendwo ja und ja bauen wir heute also ich wollte nachher nochmal gucken ähm, wie viel ne Turtle kostet also jetzt nicht wie viel Geld, sondern ob die viel resources kostet wenn nö dann würde ich den nämlich wahrscheinlich gleich bauen und vor allem der Sinn dahinter ich hab gestern ja Nico gespürt und da ich den gebaut hab und hab er hat sich ja aufgeregt und da hab ich sogar noch geschrieben erstens ich brauchte den und zweitens du hast ja sogar gesagt, dass ich es darf aber ja die Sache mit dem Auto start hier vom server klappt das anscheinend ach stimmt ich muss den Magnetismus da hinaus machen das könnte schon klug sein so dann dann würde ich jetzt nein jetzt dauern das nicht höre sind für zwölf ok wir sind hier anscheinend auch keine die Ersten begegnet aber ist komisch aber egal Prozent ein bisschen Eisen Prozent sind kommen jetzt auf 1 um nur wie ich sagen gehen wir gleich aber auch endlich mal nach Hause ich hab irgendwie Bock mein Haus weiter zu bauen deswegen wollte ich auch noch Marble ja dann wollte ich gleich auch noch mal streamen das ich nicht wundere mich vielleicht nach dem streamen gleich schon irgendwie die ersten also die erste turtle oder so haben ich guck mir gleich mal an wie teuer die ist und wenn die nicht so teuer ist baue ich die im stream Rubbies die hole ich mir sofort weil alles was aussieht wie Dias da gehe ich nur mein Teil her ich glaube die von Werten wird noch schon mehr gebrochen als von Rubbies war und ich guck mal wie weit mein Upload ist auch noch dauert nicht mehr so lang den habe ich mir auch gerade ich habe gerade nämlich noch das Video für letzten und was schon hoff ich mal letzten Mittwoch geändert je nachdem wann ich wusste ich habe was vergessen das nennt man Autoristat hier rennen wir nach und mal lang und äh der Fehlzocker EP ähm kommt jetzt auch noch ins Projekt nur der musste grad schon ausmachen deswegen nehme ich halt jetzt hier direkt alleine auf noch boah hat mich das Tier jetzt erschrocken baue ich mir nämlich gleich mal zu Hause erstmal ne neue Spitzhackel und da hinten sind Schatz und Gold was ist mir wichtig ich glaube die Schatz so dann kann ich mir gleich nicht mal aus Gold tun und nicht wundern wir jetzt nicht direkt auf die Kommentare eingehen kann es ist halt je nachdem wie viel Zeit ich habe überhaupt ja also ich lese Kommentare theoretisch direkt da ich halt eine E-Mail davon kriege aber inwiefern ich jetzt antworten kann kann ich euch halt mal nie garantieren so ich baue jetzt erstmal hier extra nichts unwichtiges ab ich würde sagen machen wir mal hier unser Pottelgun Portal ey ich hab hier sogar noch was übersehen vor allem wie faily das war ähm statt teleport boah boah das ist grad leer hier so sorry das ist grad so leckt ich weiß nicht warum öffne öffne den Upload noch ok so Fackeln hab ich noch genug so die Sticks hätte ich eigentlich verarscht mich grad mein System naja äh woher müssen und wir haben schon Kratz Küsten seit wann habe ich den dann wahrscheinlich habe ich den irgendwie noch auf dem Leffen und ich habe so ein kurzzeitgedächtnis wie ein Backstein und ich habe es vergessen mittlerweile wäre für mich jetzt nicht das erste Mal wäre für mich jetzt nicht das erste Mal war das jetzt das richtige Portal so ich hab ja mal das richtige Portal geholt direkt so äh ne ging das so nicht mit 2 mal testen ob das in der nicht F2 genau ging es schon in der Version des das heißt das Sortieren und noch mehr Robbys das Uran ich bin zwar jetzt nicht Typ Atomkraft also in Anführungszeichen ich bin jetzt nicht Typ Dehner und ich brauche hier irgendwie Uran aber wir haben ja unseren netten Herren Techniker der sowas dankend annimmt so und da kommt jetzt ganz Spotify Werbung und die ersten neun Minuten sind circa jetzt schon vergangen das ging ja recht fix wahrscheinlich ihr langweilt euch aber für mich geht das jetzt schon irgendwie recht viel zu fix Magnizismus Magnizismus wäre ich auf jeden Fall nach dieser Folge hundertprozentig ausmachen aber ich will nämlich gleich hier eh aus der Höhle raus zu sehen nehm ich jetzt auch noch das Wichtige mit genau wir haben 10 nach sieht man daran dass das Datum angezeigt wird das ist so halt ne stündliche Erinnerung so so und mal eben Waypoint Marble und da sind wir in meinem Marble Paradies das ist aber leider gerade ganz drauf dann restart ich den gleich mal und wir haben Charts gefunden das ist nice das ist nice also mein Fix hier wird nur noch ähm auch wie hieß der Mod noch damit der Schmiede dieser auch nicht Thumbcraft genommen ich komm halt nicht drauf naja wird schon mein Alzheimer so nehmen wir noch ein bisschen mit und ja ein Mütter wie das einfach zu mir fliegt nur das reicht das mal machen und zwar eben aber ne 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 da wird doch jetzt nicht Alter wow so dann würde ich sagen können sie in der nächsten Folge dann hier weiter bauen vom Haus her und jetzt sind Lernbotser erst mal wow die ersten Rucksäcke sind zwar schon komplett voll ich hoffe mal gerade ernsthaft dass die Musik GEMA frei ist weil die von ähm No Copyright Sounds kommt aber eigentlich müsste es sein sonst seht es ja daran dass meine Hürde wird gesperrt werden und ich mich auch mal wieder aufgeregt aufhörte die 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 so würde ich sagen sehen wir uns in der Folge bis zum nächsten Mal und ciao